Herzlich Willkommen Leute, heute ein kleines Resümee von dem Stream am Sonntag, mein großer Livestream. Ich wollte ein paar Sachen dazu sagen, was ich gelernt habe aus dem Stream. Also erstmal zu dem Stream an sich, es war ein mega geiler Stream, es hat mega mäßig Bock gemacht. In der Spitze waren wir über 300 Leute und es war da wirklich ziemlich was los im Chat. Und es haben Leute sehr, sehr viele Kommentare geschrieben. Das was mir ganz wichtig war ist, dass die Leute alle positiv waren. Es war eine mega gute Stimmung im Chat. Keiner hat da irgendeinen Mist gemacht. Alle haben miteinander gearbeitet. Die Leute haben sich da auch geholfen. Und ich glaube manche haben sich da auch kennengelernt. Oder sogar zum Treffen verabredet. Also war auf jeden Fall mega, mega mäßig. Ich werde euch den Stream, die Aufzeichnung von dem Livestream hier unten verlinken. Könnt ihr euch nochmal angucken. Der geht sehr, sehr lange. Ich habe mit 1-2 Stunden gerechnet. Ist natürlich genau wie beim Test-Stream viel, viel länger geworden. Geht 4 Stunden 7. Was man da auch wissen muss ist, wenn ich einen Stream gemacht habe und den Stream dann beende, dann wird er ja von YouTube hochgeladen. Aber wenn ihr dann direkt nach dem Stream da drauf klickt auf den Stream, auf die Stream-Aufzeichnung, dann seht ihr immer nur den 2-Stunden-Teil. Deswegen müsst ihr warten. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis der komplette 4-Stunden-Stream oder die komplette Laufzeit, egal wie lange der ging, 4 Stunden 7, dass er komplett durchgearbeitet wurde mit dem Chat und dann ist er komplett verfügbar. Also wer den Stream geguckt hat, direkt nach dem Stream, der hat nicht den ganzen Stream gesehen. Nur mal so. Und es war der absolute Hammer. Ich habe da Support bekommen ohne Ende. Ich habe da so viele, ganz, ganz viele Paypal-Donations bekommen. Ich habe da ganz viele Super-Chat-Donations bekommen. Sieht man ja auch im Stream, wenn ihr ihn euch anguckt und wer live dabei war, der hat sich auch gesehen. Ich muss auch oft vorlesen die ganzen Donations. Ich konnte so auf die Fragen nicht eingehen. Ich habe ja versucht, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Aber ich habe natürlich nur ein paar Fragen geschafft zu beantworten. Ich habe da im Nachhinein den Stream nochmal geguckt und die Kommentare gelesen. Da waren ja so viele unfassbar. Ich habe hunderte und aber hunderte von Fragen verpasst. Und manche Leute haben da, ich weiß nicht, eine Stunde oder zwei Stunden genau dieselbe Frage immer gestellt. Und ich habe immer, wenn ich da hingeguckt habe, um eine Frage vorzulesen, stand halt eine andere Frage. Und ich habe die Person die ganze Zeit verpasst und verpasst und verpasst. Und das war bei vielen Leuten so. Und es tut mir natürlich leid, aber wie das nun mal so ist. Ich kann euch auch mal zeigen, absolut unglaublich, habe ich gerade gesehen, die Kommentare. Ich habe das auch bei Facebook hochgeladen, wie viele Kommentare da reinkamen in dem Stream. Ich zeige es euch mal. Guckt euch das mal an. Es waren im Livestream hier, das war der Livestream, insgesamt 5229 Kommentare. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war. Und ganz genau das ist der Grund, warum ich nicht mal ansatzweise alle Fragen beantworten konnte. Nur ein paar konnte ich beantworten, obwohl ich die ganze Zeit gelesen und geantwortet habe. Aber natürlich bei der Menge an Kommentaren ist das natürlich absolut nicht machbar. Und das war der absolute Wahnsinn. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich ein paar Sachen natürlich gelernt habe. Ja, dass ich mich auf, wenn ich einen Kommentar lese, dass ich irgendwo anders hingucke und den Kommentar beantworte. Weil wenn du in den Chat guckst, verlierst du dich sofort. Weil da kommen dann andere Fragen. Dann kommt irgendwie, kommt irgendwann eine Antwort von einer Person im Chat. Und dann kommt sie durcheinander. Aber ich denke, ich habe es ganz gut gemacht. Ich habe mich gut konzentriert auf die Fragen und habe sie, denke ich, zufriedenstellend beantwortet. Und was ich auch noch anders machen muss, ist, wenn das wieder beim nächsten Stream, wenn ich einen großen Stream mache wieder, dass ich dort eine Pause einlege. Ja, ich weiß, der Philipp hat zum Beispiel die ganze Zeit am Ende geschrieben, dass er am Sterben ist. Ja, der ist einfach hungern und am Verdursten. Und ich habe seinen Kommentar nicht gesehen. Ich habe euch ja gerade gezeigt, wie viele Kommentare da waren. Ich habe so viele Kommentare verpasst. Einfach unmöglich, das zu handeln. Ist ja ganz klar. Und wenn der Chat die ganze Zeit läuft, was willst du machen? Du kannst nur einmal da hingucken. Du siehst einen Kommentar. Aha, guckst irgendwo anders hin, beantwortest das Kommentar. Und in der Zeit, in der du es beantwortet hast, kamen ja schon 20 neue Kommentare. Ja, und von daher tut mir natürlich super leid, für alle, die ich verpasst habe. Aber so ist das nun mal. So funktioniert ein Livestream. Und mir haben auch Leute geschrieben, die das super interessant fanden, wie das Gefühl ist, einen Livestream zu sehen und live im Stream dabei zu sein. Und das ist etwas ganz anderes, als Kommentare zu schreiben unter einem Video. Ja, das Feeling ist ganz, ganz anders in einem Livestream. Und deswegen mag ich Livestream auch so. Gucken und auch selber machen auch. War ja jetzt das erste Mal und war der absolute Knallhammer. Vor allem mit so einem Support habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, vielleicht ab und zu, ja, donatet mal jemand was oder so. Aber da war ja wirklich, vor allem am Anfang kam da so eine Lawine. Und das war der absolute, der absolute Knallhammer. Auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich das so mache, werde ich eine Pause machen, sodass jeder mal pinkeln gehen kann. Ja, oder ein Ei legen oder Essen, Trinken holen oder sowas. Ja, damit mir die Leute da nicht wegsterben im Stream. Weil mir ist klar, die Leute sitzen da und die denken sich, ja gut, ich könnte jetzt in die Küche gehen, was zu essen machen. Aber dann verpasse ich irgendeine mega wichtige Frage, die ich selber wissen will. Und so saßen die Leute da und konnten nicht vom Rechner weg. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schade. Aber ich habe es nicht gesehen. Ja, ich habe es nicht gesehen. Und ja, beim nächsten Mal machen wir es anders. Nach zwei Stunden gibt es eine Pause. Zehn Minuten oder so. Kann man noch kurz unter die Dusche springen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall eine Pause wird es dann geben, okay. Falls es nochmal so einen mega langen Stream gibt, ja. Und auf jeden Fall, das ist das, was ich euch sagen wollte, Leute. Ja, über 5000 Kommentare hatten wir im Stream. Und das war der absolute Megahammer. Und es wird sowas nochmal geben, das ist ganz klar. Ja, ich muss gucken, wann, vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in einem Monat oder so, gibt es nochmal einen Livestream, weil ich mega Bock drauf habe. Es sind ja immer noch tausende von Fragen offen, wie es aussieht. Und deswegen machen wir es nochmal, wiederholen wir es. War ja super cool. Ich weiß noch nicht, was für eine Art von Stream das werden soll. Ja, soll das wieder ein Mukbang-Stream werden. Aber ich werde nicht nochmal Pizza und Burger und sowas machen. Das ist mir viel zu stressig. Und weil ich habe es ja auch im Stream erzählt, ich musste alles gleichzeitig machen, damit das zu einem Zeitpunkt alles gleichzeitig fertig ist. Das war mega stressig. Und eine Sache, die ich euch auch nicht erzählt habe, ist, ich habe mit diesem Rechner die Tage davor keinerlei Probleme gehabt. Ja, der lief 1a, alles kein Problem. Und ganz genau am Streaming-Tag, ja, also an dem Sonntag, bin ich aufgewacht, an den Rechner gegangen und dann fing es an. Ja, der Rechner ist einmal eingefroren. Einfach so ist er eingefroren. Beide Bildschirme schwarz. Ich konnte nichts mehr machen, außer Taskmanager öffnen. Ja, dann habe ich den Rechner ausgemacht, also neu gestartet einfach, ne, weil man konnte nichts mehr machen. Und dann hat er meinen WLAN-Stick nicht mehr erkannt. Ich hatte keinen Internet-Zugriff mehr. Ja, ich habe mich mit dem Rechner rumgeschlagen. Das könnt ihr gar nicht glauben. Das war ungefähr ein bis zwei Stunden vor dem Stream. Ja, meine Laune war voll, komplett hinüber. Ich bin, an dem Tag bin ich aufgewacht und habe hier rumgetanzt vor Freude und war super happy. Und ja, heute streamen, das wird mega geil. Und so diese ganzen geilen Sachen auch essen. Meine Community ist da und so. Und ja, dann fing es an mit den Computerproblemen. Und ich dachte ganz genau an diesem Tag, das darf nicht wahr sein, ne. Und ich bin da sowas von ausgeflippt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann habe ich versucht, das Internet hinzukriegen. Gucke auf die Uhr nur noch, was war das, 15 Minuten bis zum Streambeginn. Und ich hatte nichts gemacht. Ich habe das Essen noch gar nicht vorbereitet. Und dann musste ich den Ofen vorheizen. Und diese ganzen Sachen, ich habe den nicht mehr vorgeheizt. Ich habe den Ofen angemacht, die Pizza reingeschoben und die Patties dazu und das Brötchen dazu. Und deswegen war ich am Anfang so gestresst, ne, habe ich euch auch erzählt. Aber das war schon die absolute Katastrophe. Ich habe danach den Rechner neu gestartet, kurz vor dem Stream, so 5 Minuten. Habe alles angemacht und habe einfach nur auf gut Glück gehofft, dass alles funktioniert. Und das hat tatsächlich alles funktioniert. Ich habe danach ein bisschen gebetet, ja, dass ich doch nicht hängen gelassen wurde. Glückseligkeit. Und das war schon der absolute Hammer. Der Stream hat wirklich 4 Stunden tadellos funktioniert. Das war, ja, absolut, der absolute Hammer. Und auf jeden Fall, Leute, vielen, vielen Dank an euch nochmal, ja. Ihr habt das alles möglich gemacht. Es war super, super geil. Vor allem der Support war geil. Das allerbeste überhaupt fand ich halt. Die Stimmung, ja, den Vibe im Chat. Alle so positiv, einfach so genial. Ja, der Stream war absolut herzerwärmend, finde ich. Also die Community war herzerwärmend. Es war einfach nur der absolute Hammer. Also, Leute, das wollte ich nochmal sagen zum Stream. Ja, das ist mein Resümee vom Stream. Ihr könnt ja hier drunter schreiben, was ihr wollt für den nächsten Stream, ja. Beim nächsten Stream will ich auf jeden Fall über Filme sprechen und Serien. Und ich habe auch im Nachhinein gesehen, da haben auch Leute gefragt, was dein Lieblingsschauspieler oder so. So wäre ich dann auf das Thema gekommen, aber das ist ja komplett untergegangen. Ich hatte ja sogar geplant, am Ende des Streams so eine Stunde FAQ erstmal machen und dann eine Stunde oder eine halbe Stunde über Filme sprechen. Oder, ah ja, ich wollte Filme raten spielen, genau. Ich sage euch, in welchem Film passiert das und das und ihr müsst dann den Film erraten. Und dazu kam es ja gar nicht. Als ich darauf gekommen bin, zu der Sache mit den Filmen, habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesehen, wir streamen schon seit vier Stunden. Und dann dachte ich, okay, das kannst du voll vergessen. Aber für den nächsten Stream, der nächste Stream wird, denke ich, ein FAQ, ganz normal, wie immer natürlich, Ernährung und Krankheiten, Gesundheit. Und dann der zweite Teil vom Stream wird dann über Filme sein, ein bisschen Quatschen, Serien und so. Also, weil ich einfach voll Bock drauf habe. Und auf jeden Fall könnt ihr auch hier drunter schreiben, was ihr euch vielleicht wünscht, ja, vielleicht, was ich da machen soll im Stream. Mukbang, nicht Mukbang oder so. Ja, vielleicht diesmal kein Mukbang. Mal sehen. Auf jeden Fall nicht so ein Mukbang, ja, nicht so was Stressiges. Nichts, das man irgendwie aufwärmen muss oder sowas. Ja, und das war's, Leute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war einfach nur absolut top. Ja, hat absolut mega Spaß gemacht. Ich danke euch allen, dass ihr dabei wart und mich supportet habt. Und wir sehen uns im nächsten Video oder natürlich im nächsten Stream. Und das wird wieder super Fun, denke ich mal. Und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Stream, aber höchstwahrscheinlich morgen im neuen Video. Peace. Das bin ich. Dos bin ich. Vielen Dank.